Hallo, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich total. Ich möchte euch heute mal wieder was zeigen, was ich mir im Internet bestellt habe, auf der Plattform Amazon.de. Wenn ihr wollt, kann ich auch einen Link in die Videobeschreibung setzen. Ich habe das Ganze schon mal geöffnet gehabt, weil ich es nicht erwarten konnte. Und deswegen sieht diese Kiste schon geöffnet aus, weil ich das nicht mehr zukleben wollte. Und zwar habe ich mir bei Amazon nichts bestellt. Das Ganze hat 14,95 Euro gekostet. Sieht folgendermaßen aus. Ich hole es jetzt nicht raus. Ich lasse es jetzt mal da in diesem Karton drin. Es gab auch da noch eine andere Version. Die heißt gar nichts. Die kostet dann ungefähr 25 Euro. Aber um das Ganze zu testen, habe ich einfach mal die normale Variante verwendet. Die heißt nichts. Das Ganze ist sehr günstig für 14,95 Euro. Ich habe auch im Internet gelesen, dass man das Ganze auch komplett kostenfrei erwerben kann. Aber ich glaube, das ist illegal. Deswegen habe ich lieber die paar Euro ausgegeben, um euch das in diesem Video zu zeigen. Also, das wollte ich euch nun mal gezeigt haben. Ich hoffe, dass ihr das Video gut fandet. Wenn ihr wollt, könnt ihr das bitte bewerten mit Daumen nach oben und Favorit machen. Und auf Facebook und Twitter teilen und den Link auf irgendwelche Internetseiten verbreiten. Und mich auf jeden Fall abonnieren und ganz viele Kommentare schreiben. Aber nur, wenn ihr das wollt. Das ist keine Verpflichtung. Aber das würde mich total freuen. Und deswegen macht das bitte. Also, nochmal danke fürs Ansehen. Und tschüss.